Sie hören »Ich sehe was und das ist tot« von Karin Sander, gelesen von Oliver Siebeck, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Maryland, USA, 1977 Der Wagen parkte dicht am Ufer des Potomac River, südlich von White's Ferry, wo es keine Straßen, sondern nur Feldwege, vereinzelte Farmen und einsame Wälder gab. Die Fahrertür wurde aufgestoßen, ein junger Mann sprang hinaus. Er trug eine Schirmmütze, Jeans und ausgetretene Cowboy-Stiefel. In seinem Hosenbund steckte ein Revolver. Auf der Beifahrerseite stieg ein weiterer Mann aus. Sein Gesicht lag im Dunkeln, doch sein schwerfälliger Gang und seine leicht gebeugte Körperhaltung verrieten, dass er deutlich älter war als der Fahrer. Der junge Mann öffnete den Kofferraum. Der Alte trat hinzu, gemeinsam hoben sie ein längliches Bündel heraus, einen eingerollten Teppich, der mit einer Wäscheleine zusammengeschnürt war. Sie gingen ein paar Schritte, der Junge rückwärts, dem Alten zugewandt und ächzten unter dem Gewicht. Plötzlich blieb der Alte stehen. »Die Tasche«, sagte er, »die muss auch verschwinden.« »Das kann die Kleine machen«, antwortete der junge Mann. »Ey, Drecksgöre, komm raus, du musst uns helfen.« Nichts rührte sich. »Ey, du kleines Miststück«, brüllte er noch lauter. »Setz dich in Bewegung! Hopp, hopp!« Die Tür hinter dem Fahrersitz öffnete sich zaghaft. Ein Mädchen krabbelte aus dem Fond. Sie war vier, höchstens fünf Jahre alt, trug das kastanienbraune Haar zu zwei schulterlangen Zöpfen geflochten. Ihr Kleid war schmutzig. Der rote Regenmantel hatte einen Riss am Ärmel. »Hol die Tasche aus dem Kofferraum! Los, beeil dich!«, befahl der junge Mann. »Was machen wir mit der Kleinen?«, fragte der Alte leise. Seine Finger klammerten sich um das Bündel, winzige Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gebildet. Der andere hob die Schultern. Er hatte einen Zahnstocher im Mundwinkel und kaute darauf herum. »Wir könnten sie verkaufen. Bist du verrückt?« Dem Alten rutschte beinahe der Teppich aus den Händen. Hastig packte er zu. »Pass doch auf!«, herrschte der Junge ihn an. Das Mädchen kam mit unsicheren Schritten auf die Männer zu. Sie hielt eine Damenhandtasche aus hellbraunem Wildleder vor den Bauch gepresst. »Weiter geht's!«, befahl der mit dem Zahnstocher. Sie stiegen die Böschung hinab zum Ufer. Unten angekommen, legten die Männer das Bündel ab und ließen das Mädchen Steine sammeln, so groß und schwer, wie sie nur tragen konnte. Die stopften sie von beiden Seiten in die Teppichrolle. »Das muss genügen«, erklärte der Alte schließlich und rieb sich die Hände an der Hose ab. »Okay«, der Junge schob die Schirmmütze in den Nacken. In dem Moment trat der Mond hinter einer Wolke hervor und erhellte sein Gesicht. Einem zufälligen Beobachter wäre sofort die Ähnlichkeit mit dem Alten aufgefallen. Doch weit und breit war niemand, der es hätte bemerken können. »Dann ab mit ihr«, knurrte er. Die beiden klemmten die Handtasche unter die Wäscheleine, die um den Teppich gewickelt war, und hoben das Bündel erneut an. Mit einem weiten Schwung warfen sie es in den Fluss. Blasen stiegen auf, während der Teppich langsam im Wasser versank. Das kleine Mädchen trat näher ans Ufer, streckte die Hand aus. »Mama«, flüsterte sie, so leise, dass die Männer es nicht hören konnten. »Mama«. 38 Jahre später Montag, 28. September, 0.17 Uhr Georg Stadler knallte die Wagentür zu und schaute sich um. Schon lange war er nicht mehr in diesem Teil des Hafens gewesen. Die Straßenlaternen produzierten mehr Schatten als Licht, unterbrochen vom rotierenden Blau eines einzelnen Streifenwagens. Der Gebäudekomplex zeichnete sich unscharf gegen den Nachthimmel ab, unmöglich, seine Ausmaße zu erfassen. Die Papierfabrik hatte vor einigen Jahren dichtgemacht und stand seither leer. Stadler hielt nach seinen Kollegen Ausschau, doch nur die eingeschlagenen Scheiben des ausgebrannten Verwaltungsgebäudes starrten ihn mit toten Augen an. Irgendwo in der Nähe ratterte ein Zug vorbei. Stadler schüttelte das mulmige Gefühl ab, umfasste die Merkleid fester und marschierte auf den Streifenwagen zu. Das Fahrzeug war verlassen. Stadler schaltete die Taschenlampe ein, ging um den Wagen herum. Nichts. Wo zum Teufel steckte die Besatzung? Ein Knirschen. Schritte. Stadler fuhr herum. Herr Stadler! Verdammt! Müssen Sie sich so anschleichen? Ich habe den Nebeneingang überprüft. Der Kollege von der Streife, ein junger Bursche, den Stadler nicht kannte, deutete vage ins Dunkel. Und? Nichts. Das meine ich nicht. Stadler begann zu bereuen, dass er sich hatte breitschlagen lassen, mitten in der Nacht zu einem Tatort zu fahren, ohne zu wissen, worum es überhaupt ging. Er hätte die Sache der Kriminalwache überlassen sollen. Was mache ich hier? Weshalb wurde ich hergerufen? Das sehen Sie sich am besten selbst an. Kommen Sie. Der Streifenpolizist leuchtete mit seiner Taschenlampe auf ein halb heruntergelassenes Rolltor. Da geht's rein. Er duckte sich unter dem Tor durch und wurde von der Dunkelheit verschluckt. Stadler folgte ihm in das Gebäude. Der Lichtkegel der Maglite schaffte es nicht, die riesige Halle auch nur halbwegs auszuleuchten. Während Stadler die Lampe hin und her bewegte, blitzten Graffiti an den Wänden auf, die der Lichtschein zum Leben zu erwecken schien. Ein Schakal, der zum Sprung ansetzte. Ein paar grinsende, blaugelbe Köpfe. Ein Sensenmann. Davor auf dem Boden leuchteten Spraydosen, Kabelrollen und Pizzakartons auf. Hier scheinen sich eine Menge Leute rumzutreiben, murmelte Stadler. Seine Stimme heilte dumpf von den Wänden wieder. Der junge Streifenpolizist drehte sich zu ihm um. Anfangs war es noch ein Geheimtipp. Das Tor war dicht. Der einzige Zugang ein kaputtes Fenster auf der Rückseite, wo die Bahngleise entlanglaufen. Aber inzwischen ist das Gelände sowas wie eine Touristenattraktion. Hier treiben sich alle möglichen Leute herum, machen Fotos, drehen Musikvideos oder hängen einfach nur ab. Wir tolerieren es, solange alles friedlich bleibt. Bleibt uns eh nichts anderes übrig. Sie durchquerten die Halle bis zur Mitte und gelangten zu einer Treppe, die auf eine weitere Ebene hochführte. Der Kollege leuchtete die Metallstufen hinauf. »Oben müssen Sie aufpassen. Da sind ein paar Löcher im Boden.« Ihre Schritte dröhnten auf der Treppe. Wer das Licht bisher nicht bemerkt hatte, wusste spätestens jetzt, dass sie im Anmarsch waren. Wenige Schritte, nachdem Stadler die obere Ebene erreicht hatte, verlor er beinahe das Gleichgewicht. Ein Brett, das jemand über ein Loch im Boden gelegt hatte, hob sich an, als er auf das eine Ende trat. Der Kollege war schon ein ganzes Stück weiter, war nur anhand des kleiner werdenden Lichtkegels auszumachen. Er hatte offenbar gar nichts mitbekommen. Plötzlich verschwand das Licht ganz. Stadler beschleunigte seine Schritte, doch nur für ein paar Meter, dann hielt er unvermittelt inne. Hatte da nicht etwas geknackt? In seinem Rücken, wo das Brett war? Gerade als er sich wieder in Bewegung setzen wollte, sah er aus den Augenwinkeln auf der unteren Ebene einen Schatten vorbeihuschen. »Blitzschnell zog er die Waffe.« »Stehenbleiben!« Der Lichtkegel, der Merkleid, erfasste ein Gesicht mit weit aufgerissenen Augen. »Polizei! Keine Bewegung!« Die Gestalt rührte sich nicht, und im gleichen Augenblick erkannte Stadler, dass es sich um ein Graffito handelte, das einen Mann in einem langen, schwarzen Mantel zeigte. Schließlich gelangten sie durch eine Verbindungstür in eine weitere ehemalige Produktionshalle. Im Schein der Lampe erkannte Stadler, dass ein Teil der Fläche mit Wänden aus Kalksandsteinen abgetrennt war und einen separaten Raum bildete. Vielleicht ein ehemaliges Lager. Oder ein Aufenthaltsraum für die Arbeiter. Am Eingang stand Dienstgruppenleiter Tom Gerling. In einer Hand hielt er eine Taschenlampe, in der anderen sein Smartphone, auf dem er mit dem Daumen herumtippte. Als er die beiden Kollegen kommen sah, stopfte er das Telefon in die Tasche. Stadler wartete durch eine Wasserlache auf ihn zu. »Hallo, Tom. Ich hoffe, es gibt einen guten Grund dafür, dass du mich mitten in der Nacht antanzen lässt.« »Hi, Georg.« Gerling kratzte sich am kahlen Hinterkopf. »Womit genau wir es hier zu tun haben, kann ich dir nicht sagen. Da ist zunächst einmal das hier.« Er hob einen Klarsichtbeutel hoch und leuchtete ihn mit seiner Taschenlampe an. »Ein Rasiermesser und eine große Menge eingetrocknete rotbraune Flüssigkeit. Nicht nur an der Klinge, auch auf dem Boden und an der Wand.« Er deutete in den Raum hinter sich. »Ein anonymer Anrufer hat den Fund gemeldet. Als wir ankamen, war die Lache auf dem Boden noch feucht. Der Schnelltest hat bestätigt, dass es sich um Blut handelt. Aber um sicher zu gehen, müssen erst die Experten mit dem Köfferchen anrücken. Jedenfalls dachte ich, dass du dir gern ein Bild machen würdest. Falls es ein Fall für das KK11 ist, willst du den Tag auf die Schnelltest.